Hallo liebe Nanda. Heute haben wir wieder miteinander meditiert. Es war total schön, entspannt und einfach wunderschön. Wie ging es dir denn dabei, wenn du so eine Meditation mit uns machst? Ja, das ist einfach schön, was ich auch lange Zeit alleine mache, 20 Jahre, die Menschen weiterzugeben und die Meditationen kommen automatisch mit dem Gruppenpass, wie das gerade ist und mit der Meditation kann man so viele Blockade losen und gleichzeitig auch als Altermuster, die wir nicht mehr haben möchten und auch gleichzeitig Stärke herausfinden durch die Meditation. Ja, das ist gerade, was ich jetzt mache und ja, das bringt mir auch total viel Freude und daher, ich möchte weiterhin Gruppe Meditation an jedem Sonntag führen und Einzelcoaching in Deutschland sehr gut und da bin ich sehr dankbar, dass ich diese Arbeit mache. Und jemand, der bislang vielleicht noch nicht meditiert hat und sich darunter nichts vorstellen kann, was kannst du dem denn mit auf den Weg geben, weshalb es eine gute Idee wäre, es mal zu probieren? Ja, das ist einfach, die Leute, die das auch weiß, wie ich das meditiere, das bedeutet, ich weiß ganz genau und es gibt auch viele Beweise, die auch immer erstmal mit mir meditiert und leistet ihr auch ganz in die Meditation reinkommen kann, das ist immer ein kleiner Trick, das man beantworten sollte und da hängt vor jeder, gibt es eine besondere Meditation. Vielen Dank, liebe Nanna. Danke.